Hi Leute, hier ist euer KlomandoFile 1999 und wir spielen Infinity Skyblock. Ja, das wird ein neues kleines Projekt von den Machern, Jigaroboth Protection, hoffe ich. Und wir werden natürlich mit Story und Challenge spielen. Und let's go. Hier sind wir schon. Soll ich dir helfen? Okay, wer bist du? Hilft dir. Äh, die reparieren mit Kristallen. Okay, es sind sechs Stück. Ja, habe ich gerade irgendwie gesagt. Sechs? Eigentlich ist es einfach nicht so laut in meinem Ohr. In einer neuen Welt? Okay. Der Infinity Generator. Okay. Da werde ich diese Kristalle finden. Okay. Was? Wie? Was transportierst du mich? Wo soll ich denn hin? Du wirst mich nicht transportieren. Na. Oh, das war aber jetzt knapp. Oh, Melona. Ich muss sagen, das ist unsere kleine Insel. Mal gucken, wir bauen sie erstmal aus. Was? Was haben wir denn hier schönes? Alles schön jetzt mal einsacken. Profige, der dritte sein. Oh. bert Schglimann. Hier wird jeder gerade gehalten. Als wir etwas mühe er kel discovering mit tres oder lücken. Ich陳 Ach, das heißt wir mal. Ich nehme schon mal den Spawn-Modus Ich werde schon mal wechseln und hier nix in die Spawn-Seite So Das ist alles einmal Weg, weg 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 So Ich muss erstmal ein paar Blut machen So Wann fände ich mich auf? Blut fand ich eigentlich gar nicht, aber die kann ich wegwerfen, bräuchte ich nicht Das schonmal? Die Lava rein Generator So Dann haben wir das auch So Und kräftig mir erstmal bretter Zack Wann machen wir da raus? Was ist das? Was? Was? Alter, das ist so laut Mein armes Ohr Das ist rumgestühlt So Aber das ist die Werkbank Und die Erde Werkbank So So Das ist das So Wie ist das jetzt? Wie ist das? Stimmt der Mehl für den Video. Stimmt der denn hier rum? Oh, nein. Okay, da ist eine Insel, da muss ich jetzt hoch. Aber jetzt. Das, was ich mache, ist bei uns. Okay. Überweil dieses Sprecher hat es verschwunden, Mann, Mann, Mann. Ich bin ne, ich möchte nirgends einste kommen. Ich bin ne, ich bin ne, ich möchte nirgends einstehen. Ich bin ne, ich möchte nirgends einstehen. Ich bin ne, ich möchte nirgends einstehen. Dann werde ich hier noch ein vr. So. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ich würde mal sagen erst mal das war mein kopf infinity skyblock und wir haben den ersten kristall eingesackt super wir gucken mal dahinten ist schon der nächste zweite da ist der dritte wenn man langsam die einzelnen kristall zusammensuchen wenn insel die anderen insel besuchen und hoffentlich okay da fliegt ein hühnchen weg schau hühnchen aus der rheinbrein und vielleicht über finden wir sogar einen draufboden mal gucken ich bin der Mögelmann der feier 1999 und ich wünsche euch einen schönen abend schau mit au schau schau Vielen Dank.